Ja, herzlich willkommen zurück wieder auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr euch wieder dazu entschieden habt, auf das Video zu klicken, beziehungsweise hier zurückzukommen. Wir besprechen heute mal wieder einen, ja ein Chibi. Und zwar gibt es ein Tom Ford Output Klon. Stellt euch das vor, nein, es gibt natürlich tausende von Tom Ford Output Klonen, beziehungsweise Dupes oder Düfte, die davon inspiriert sind. Aber wir haben heute einen da, der spottbillig ist, A. Und B, der auch noch wirklich so unfassbar gut riecht, dass man es sich kaum vorstellen kann. Und zwar handelt es sich dabei um einen Duft einer meiner Lieblingsmarken, wenn es um Chibis geht. Und zwar Milton Lloyd. Milton Lloyd, Perfumers Choice Nummer 10 bei Mojo. Ich kann euch nicht sagen, was sie sich bei dem Namen gedacht haben. Ich kann euch nur sagen, dass das Ding wirklich ein verdammt guter Output Klon für richtig wenig Geld ist. Und wir machen jetzt folgendes. Wir gucken uns jetzt das mal bei Parfumo an. Und dazu switchen wir jetzt mal die Szene. Und sind bei Parfumo. Und sehen da, das Ding hat eine 8,0 als Bewertung. Also nicht schlecht. Und es sind jetzt auch nicht nur 4 oder 5 Bewertungen, es sind 44 Bewertungen. Ich muss generell dazu sagen, die Marke ist immer noch unterm Radar bei den meisten Leuten. Ich habe euch ja unter anderem mal von Milton Lloyd den Demand Silver und den Demand Cobalt vorgestellt. Das waren absolut herausragende Dupes zu Dior Fahrenheit und Yves Saint Laurent Kouros. Und dieser hier, der Perfumers Choice Nummer 10 Mojo. Wie gesagt, ignoriert diesen bescheuerten Namen einfach. Aber der ist eine unfassbar gute Alternative zum Output, wenn ihr einfach nicht diese unverschämten Tom Ford Preise ausgeben wollt und euch nicht über die schlechte Haltbarkeit ärgern wollt. Denn der hat zudem, nicht nur, dass er extrem billig ist, beziehungsweise billig ist das falsche Wort, weil billig hat ja immer manchmal irgendwie so einen falschen Klang. Es ist eine sehr, sehr preiswerte Alternative, weil die Qualität stimmt auch noch dazu. Und das ist ja das Interessante bei dieser Marke, bei Milton Lloyd, dass die Dupes macht, die a. sportbillig sind, aber b. dann einfach unglaublich gut performen und auch wirklich richtig gut riechen. Und, um das nochmal, ich sag mal, aufzugreifen, der Duft ist in seiner Grund-DNA wirklich sehr, 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 sehr nah am Output. Ich persönlich finde ihn fast ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, ich finde ihn ein kleines bisschen cremiger als den normalen Output. Gut, ähm, wir gehen nochmal zurück und ich kann euch sagen, ich zeige euch mal den Sprüher, denn der Sprüher ist kurios. Das ist ja bei den bisherigen Milton Lloyds auch schon so gewesen. Der sprüht wie ein Deo, weil das ein Flakon ist, der mit irgendeiner Art Gasgemisch gefüllt ist. Wie in einem Deo halt. Und ihr könntet theoretisch auf den Sprüher die ganze Zeit draufdrücken und das Ding leer machen, macht ja aber keinen Sinn. Weil der hält ja wirklich, und es ist ja auch in dem Fall ein Eau de Parfum, und der hält richtig gut. Und der ist von der Duft-DNA, es ist wirklich Wahnsinn. Der riecht wirklich unfassbar gut. Gut, ich habe hier, zum Vergleich, auch nochmal einen Tom Ford Travel Atomizer, weil ich nicht mehr einen vollen Flakon von Output habe, weil ich den verkauft habe irgendwann. Und ich kann ja das auch nochmal aufsprühen. Und dann haben wir hier als Vergleich, das ganze schreibt sich natürlich voll mit Duft. Großartig. Ja, und ich kann euch sagen, ich sage es euch jetzt nicht, weil das so eine tolle Headline ist. Oh, der 10 Euro oder der 15 Euro Output-Dube. Nee, das Ding riecht einfach unfassbar gut. Ich finde persönlich sogar, mir gefällt er sogar noch besser als der normale Output, weil er so eine leichte cremige Note hat. Also, der ist, würde ich vielleicht sogar fast sagen, von der Süße einen kleinen Tick süßer als der originale Output. Wenn man jetzt zum Beispiel als Vergleich sagen würde, die Süße beim Output ist als Referenz bei 100 Prozent, dann würde ich sagen, bei dem Perfumers' Choice No. 10 ist er vielleicht bei 105 Prozent. Also, es ist ein kleines bisschen süßer. Es wirkt alles ein bisschen cremiger. Auf mich wirkt alles ein bisschen runder als der originale Output. Und das ist halt echt verrückt, wenn man sich das überlegt. Wir gehen nochmal auf Perfumo und schauen uns nochmal die Bewertung dazu auch an. Und ihr werdet sehen, ja, da schreibt zum Beispiel jemand, ein Mac-Menü ist teurer. Ich habe für das Ding auch 10 Euro bezahlt. Ich zeige euch gleich nochmal, wo ihr den unter anderem bestellen könnt, wenn er verfügbar ist. Und ihr seht, also die Bewertungen sprechen für sich. Die Leute sagen, ist wie ein etwas frischere Output, finde ich jetzt in dem Fall nicht. Ich finde eher wie eine leicht süßere Variante zu einem Output. Und wir können mal gucken, ich habe den auf Amazon, heute ist der 29. 12. seht ihr ja, habe ich den auf Amazon als Bodymist gefunden. Jetzt ist die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist das eine andere Konzentration als das, was ich habe. Weil ich habe das ja wirklich als Eau de Parfum. Man sieht auch die Verpackung. Ich schalte nochmal kurz zurück zu mir. Man sieht ja auch, die Verpackung ist ein bisschen was anderes. Man sieht es oben am Deckel. Deswegen kann ich euch jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das auch das Eau de Parfum ist. Ich denke mal, dass der hier vielleicht schwächer ist. Wobei es steht nun da Perfume Mist Max. Vielleicht haben die das Ding auch einfach reformuliert oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr Eau de Parfum genannt. Es gibt ihn aber auch, wenn wir bei Ebay gucken, gibt es das Ding, so wie ich ihn hier stehen habe, für 11,61 Euro. Dann kommt noch ein bisschen Versand dazu. Wie gesagt, ich habe für meinen vor zwei Jahren, also ich habe das Ding ja auch schon ewig, ich habe für meinen glaube ich wirklich 10 Euro bezahlt. Weiter gab es noch einen Job hier in der Nähe, ich glaube aus der Niederlande, der den im Angebot hatte. Da habe ich mal geguckt, da gibt es den zurzeit nicht mehr. Aber das soll, ja ich sage mal, kein Problem sein. Weil ihr bekommt den, wenn ihr den sucht und wenn ihr den findet, wenn ihr den finden wollt, dann findet ihr den zu diesem Schnäppchenpreis. Und da bleibt mir dann letztendlich nichts anderes zu sagen, außer, dass das wirklich für den schmalen Taler, den ihr da bezahlt. Also wirklich, wenn ihr wirklich sagt, ich muss hart aufs Budget achten, ich kann mir hier kein Outwood für 200 oder 250 Euro kaufen, was ich auch verstehen kann. Dann ist es halt so, dann holt euch den, da macht ihr nichts mit falsch. Also es ist ein richtig guter, qualitativ hochwertiger Duft. Deswegen würde ich sagen, wenn wir jetzt über eine Bewertung sprechen, kriegt der von mir eine 9 von 10. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde A, der riecht 1 zu 1 wie der Outwood, ein bisschen cremiger, ein ganz, ganz kleines bisschen süßer. Hat eine sehr, sehr gute Performance. Also der hält auf der Haut 7, 8, 9 Stunden. Ist für mich eine 10. Ist die Frage, gebe ich einem Tube eine 10? Deswegen habe ich gesagt, nee, 9 von 10, da passt das. Und wenn ihr den Duft auch schon gerochen habt, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Und was zum Schluss noch rein muss, das möchte YouTube einfach so, das ist der sogenannte Call for Action. Weil ich mich natürlich auch darüber freue. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, dann macht das. Das freut mich. Wir sind gerade auf dem Weg zu den 1.000 Abonnenten. Ich blende es euch hier unten ein. Würde mich über ein Abo freuen. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.